WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nee, wir müssen da lang. Guck. So, so geht es. Und jetzt verkaufen wir später mal die ganzen Sachen, was wir dabei haben. Ist das Hu? Ja, das ist er. Mein bester Freund. Mwaha. Und eure nicht. Komm Huo. Komm Huo. Du musst kommen Huo. Huo. Das war Japanisch für Huo. Ich kann das noch nicht tun. Willkommen Huo. Das Volk hat eure Werte. Ihr habt sämtliche Aufgaben gemeistert, die ich euch gestellt habe. Ihr habt Huo gefunden und ihn sicher zum Tempel gemacht. Jetzt stehen wir einem viel größeren Problem gegenüber, meine Schüler. Chen Xin Su leidet Schmerzen. Wenn wir nicht handeln, wird unsere Welt sterben. Und wir mit ihr. Wir müssen mit Chen Xin Su sprechen und herausfinden, wie man ihm helfen kann. Und um das zu tun, müssen die vier Elementargeister zurückgebracht werden. Ah, okay. Huo war der Erste. Ji, ich bitte euch zum Dai Lo Bauernhof zu gehen und Wugu zu suchen. Den Geist der Erde. Bin dabei. Ich freue mich. Eisa. Ich möchte, dass ihr zu den singenden Teichen geht, um Shu zu finden. Den Geist des Wassers. Ja, du meistert. Und ihr, ihr sollt die Hand sein, die uns alle leitet. Sprecht kurz mit mir, bevor ihr zu Eisa an den singenden Teichen im Osten gehen. Okay. Los geht's. Wir müssen jetzt einfach praktisch den Geist der Erde zurückbringen oder zu holen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas tun. Und wir müssen jetzt mit Eisa. Warte. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Was macht ihr gerade? Hallo. Hm. Wo seid ihr denn? Ja, okay. Ich glaube, ich lasse sie mal lieber zu Hause. Noch nicht bereit. Oh mein Gott. Lol. Haha. Geil. Jetzt machen wir mal einen Test. Oh ja. Ja. Total logisch. Haha. Hallo. Was braucht ihr? Bis zum nächsten Mal. So, wir machen jetzt aber erstmal den hier. What the? Wie kacke ist das denn? Was ist das denn das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss näher heran. Nicht nochmal, okay? Das machen wir jetzt aber nur zwischendurch für die Quests, aber die anderen machen wir auch gleich, weil dann haben wir doch mehrere dazu, also erledigt. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Kann man da nicht irgendwie runterspringen? Ich muss näher heran. Ich will ihn töten. Sag mal, jetzt... Ich will doch nur runter. Ich bin außer Reichweite. Blödes Viech, du. Ja, bleib doch hier. Ich bin zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Komm her. Ich bin außer Reichweite. Nächster. Ja. Na also. Da ist auch nicht alles. Da. Ja. Was ist denn das für ein Stück? Ich will dich doch gar nicht töten. Tut mir leid. Okay, jetzt machen wir die hier. Ähm, lautet die Lektion des Balances, Balanzieren seines, ach okay. Ja, jetzt hoch da. Man, wir müssen uns hier mal blöd fallen. So, endlich. Ist ja cool. Uh, haha. Bam. Haha. So, holen wir uns den nächsten. Das ist zu weit entfernt. Oh, ne, Entschuldigung. 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 Ach, Tocke! Ist das schon mal tot hier? Naja, nicht tot, aber... Ne, was weiß ich mal. Ähm, irgendwas muss man hier machen. Cool, das war schon die andere Quest. Lol. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Eigentlich ja nicht. Ich spüre die. Ich spüre die Macht. Und jetzt du. Boah. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. Kann ich die auch angreifen? Oh ja, kann ich sogar. Und jetzt so. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nicht genug Energie. Oh ja. Cool, das haben wir schon fünf. Nee, nee, ich habe es schon drei. Quest erledigt auf einmal. Schwarz Schönes. So springt es mal wieder bei der sich da melden und es zurückbringen da. Na, gehen wir gleich zu den anderen da. So, so. Hallo. Wo du ist die Höchste. zu tun jetzt war ich grad Stinkehörnchen naja zum Beispiel bitteschön auf Wiedersehen um jetzt müssen wir zu der da okay mal gucken ob wir das bekommen und es verkauft sich so bitteschön da ist wieder dafür stehen wir gleich an so hier steht ein freund finden sprecht mit dem alten Li Yang bei Li Yangs Refugium an den singenden Teilchen sind das Teil hier die singen ganz offen diese heißen dann singen sie ha 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 was ist das für ein Viecher ha 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 ach das ist der Wassergeist auch nee ach doch Glück gehabt boah Leute ich bin und deswegen bin ich ganz kurz nochmal eine Aufnahmepause wie gesagt sie war halt auch nur für kurze Dauer holl 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 weinfleisch und lecker da das halte zu so ein Schiff und nebenbei was ein so wir müssen da hoch um um auf die Laterne auch nie zu sagen wir ganz hoch oder was so ist er nicht weit holl so was tat sie darum na na welche Weisheit sucht ihr Chris Bandit annehmen 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 so was kann man hier denn drauf haben Elonia what da was ist denn das cool mhm haben wir irgendwas neues bekommen so nur nicht wirklich aber wir müssen jetzt hat wasserkneife töten und das können wir gleich machen da müssen wir eine Sonnenperle finden ich muss näher heran diese diese Ehrigkeit ist noch nicht bereit ok Wasserfederkrausch ok dann ist es doch kein Wasser kneif das sind diese die sind hier noch schneller kaputt ich muss näher heran ich kann das noch nicht tun riesen ich brauche ein zu weilitern klu அ